Fullstop, wir waren gestern in Köln. Ich bin mir nicht sicher, ob Köln gestern mehr abging oder ob... Das ist für eine krasse Dingsgrenze war das, ja? Wir haben hier so ein Messgerät. Wir haben so ein Messgerät, das hatte... Köln war gestern 78,5. Und deswegen würde das hier... Warte kurz, warte, ich muss mal programmieren. Vorher war es 77,2, also die waren 78,5. Moment, die müssen... Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir noch mal durchmessern. Ich würde das jetzt so einmal richtig krach machen. Münster, seid ihr da? Passt, passt, passt. Noch einmal, einfach. Noch einmal, ja. Münster, seid ihr da? Oh mein Gott, Münster, seid ihr wirklich da? Oh, Dagger. Dafür gibt es ein Geschenk. Ihr kennt ja bestimmt das Lied Zurück in die Zeit. Weil Jascha ja nicht da ist und es wäre doch sinnlos, wenn ein Playback läuft, weißt du? Guck, wo denn gibt es die Sänger? Das wird aber... Aber das haben wir noch nicht eigentlich studiert. Ja, Digger. Also. Der ist Sänger, aber... Wir machen es auf zwei andere Beats. Das nennt man, glaube ich, eine Madalaya. Hab ich mal gehört. Was steht jetzt auch mit Kajan Rapper? Also, also offiziell in Münster gibt es jetzt ein Asslach-Madalaya-Chilo und Abdi. Oh mein Gott, der Pieper geht rein wie ein Butter-Säger. Oh mein Gott, richtig. DJ Juice, der ganze Sau. Alle Hände sehen. Alle Hände. Münster, was geht ab, was geht ab. Yeah, yeah, ah, yeah. Münster, was geht ab. Ich will alle Hände sehen. Oh, yeah, ah, yeah. Münster, was geht ab, was geht ab. Ich will alle Hände sehen, alles klar, ja.